So, Hallihallo, herzlich willkommen zu unserem Freitagabend-Livestream mit der Lobpreishausbotschaft. Wir waren ja heute Vormittag schon zwei Stunden hier aktiv im Rahmen des ökumenischen Kirchentags aus Frankfurt und haben da an diesem 50-Stunden-Lobpreis teilgenommen und hatten da hier Party in diesem Raum mit einer Stunde Kinderlobpreis und dann haben wir Erwachsene noch ein bisschen weitergemacht. Jetzt sind wir wieder schon angekündigt, manche schalten vielleicht auch jetzt erst rein oder schauen sich das Video später an. Alles ist toll. Jetzt sind wir nämlich bei der Botschaft, wo es über den Himmel geht oder um den Himmel und dazu ist wie jeden Monat mein lieber Papa Christfried Wendt wieder da und wird uns wieder mit Begeisterung, ihr werdet sehen, das Wort auslegen und einfach zu diesem Thema Gedanken und Auslegung teilen. Das Wort tut ja verschiedene Passagen dazu ansprechen und man kann darüber auch unterschiedliche Auslegungen finden. Ich bin gespannt, wie mein Papa, und ich weiß, dass es gut wird, das wieder verbindet, dass man was von heute versteht, aber auch von dem, was mal kommt. Und ich habe das Thema mir auch gewünscht, so ein Stück weit, weil ich denke, in dieser heutigen Zeit, in der wir gerade sind, wo ich erst vorgestern mit den Nachbarn Gespräche hatte, wo sie mich gefragt haben, auf was man denn noch hoffen soll, nach dem, was man alles erlebt hat und wo eine gewisse Hoffnungslosigkeit ist und ein gewisses Suchen nach dem Sinn des Lebens, ist es natürlich die Antwort, die wir haben und das Thema Himmel, denn darauf geht ja letztlich alles hinaus, dass Jesus wiederkommt und wir irgendwann das eigentliche Leben im Himmel beginnen werden. Und ich bin gespannt, was wir dazu heute erfahren und hören werden. Ich hoffe, es begeistert euch auch und nimmt euch mit, ganz neu im Alltag auch die Freude daran zu entwickeln, dass selbst wenn man vielleicht gerade nicht so schöne Dinge erlebt, wir gemeinsam uns immer wieder daran erinnern dürfen und wissen dürfen, dass wir irgendwann im Himmel sein werden und wie wir es heute Vormittag schon hatten, dort wird es kein Leid und keine Krankheit mehr geben und Jesus wird alle Trauer in Freude verwandeln. Und darauf freue ich mich, im wahrsten Sinne des Wortes, auch jeden Tag neu so zu leben, in allen Widerstand und allen Herausforderungen, denn wir haben wirklich eine Hoffnung, die weit über diese Welt hinausgeht. Ich spreche jetzt noch ein Gebet und dann geht es schon los. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Abend wieder in diesem etwas kleineren Rahmen zusammen sein können. Danke, dass wir dennoch aus deinem Wort hören dürfen. Danke, dass mein Papa wieder intensiv das Wort studiert hat und zu Papier gebracht hat, die Gedanken, die Offenbarung, die du ihm nicht erst in den letzten Wochen, sondern über Jahre geschenkt hast. Danke, dass wir heute dosiert, hochdosiert davon wieder so viel hören dürfen. Danke, dass es uns bereichert und uns einfach auch geistlich wachsen lässt. Und so bete ich, dass du den Abend segnest und ich bete, dass du Geist Gottes jeden Einzelnen, der jetzt zu Hause ist oder der das Video später anschaut, dass du ihm begegnest und dass du ihm die Wahrheiten des Wortes neu offenbarst und die Wahrheiten dessen, was kommen wird und was es auch heute für eine Ermutigung ist, das zu wissen, dass wir dem Himmel zusteuern. Danke so für deine Gegenwart. Danke, dass du durch deinen Geist unter uns bist und uns jeder, so wie er es braucht, auch die Dinge offenbart an dem heutigen Abend. So segne uns den Abend und danke dafür. Amen. Ich sage noch ganz kurz am Anfang, bevor es was losgeht, wenn ihr uns als Lobpreishaus oder diesen Livestream unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wir leben ja von Spenden und davon, dass uns Leute unterstützen, um all diese Dinge zu tun. Dazu könnt ihr gerne, ich weiß nicht, ob es einen Link gibt, aber mindestens auf unserer Homepage oder wenn das Video dann hochgeladen wird, da steht auch immer unten, man kann direkt über so einen Paypal-Button spenden oder auf die Kontonummer vom Lobpreishaus uns was überweisen. Vielen Dank dafür und jetzt übergebe ich das Wort an dich, Papa. Danke, dass du uns wieder mit dem Wort dienst. Ja, liebe Mitsehenden und Mithörenden Internet- oder Computerzuschauer, wir sind ziemlich schnell auf das Thema Himmel und Himmelfahrt gekommen, da wir ja auch gestern das Fest hatten, wobei es ja dort schon wieder verschiedene Anschauungen gibt. Die einen sagen Himmelfahrt, die anderen sagen Vatertag. Ich weiß nicht, welche Assoziationen du hast, aber man könnte es auch sehr leicht verbinden, denn Jesus hat uns ja gelehrt, unser Vater im Himmel. Also, Vatertag und Himmelfahrt hängen einfach zusammen. Zwei Seiten einer Medaille. Wir werden es heute noch genauer sehen und hören. Manche tragen ja das Himmel-Sehnsuchts-Gen, so will ich es mal ausdrücken, in sich, wenn sie unbedingt in die Ferne, in die Berge reisen und wandern wollen. Und wenn sie dann so einen Gipfel erstürmt haben, dann haben sie alle Anstrengungen vergessen und genießen nur noch den herrlichen Ausblick, den sie dann oft mit dem Ausdruck, das ist ja himmlisch, verbinden. Bei den irdischen Bergsteiger-Dingen muss ich aber doch gleich wieder mal warnen. Ich bin Vorsicht und nur professionell vor ein paar Tagen sind wieder zwei am Mont Everest abgestürzt. Das aber nur leider auch als Realität, aber nebenbei. Wenn es einen Himmel gibt, wie sieht es denn dort aus und was bedeutet das eigentlich für mich? Wie ihr seht, gehöre ich nun jetzt schon ein bisschen zum älteren Semester. Ich bin noch ein gelernter DDR-Bürger, im real existierenden Sozialismus aufgewachsen, aber ohne FDJ-Hemd, aber in der atheistisch-kommunistischen Ideologie ziemlich notgedrungen bewandert. Und dort gab es keinen Platz, weder für Gott noch für den Himmel. Es gab nur einen sichtbaren Kosmos, den Juri Gagarin als erster Kosmonaut der Sowjetunion, welch Überlegenheit des Sozialismus wurde damals so gepriesen, seine ersten paar Runden um den Globus geflogen war. Zurückgekehrt erzählte er dann, dass er keinen Gott auf den Wolken getroffen habe. Welch gefundenes Fressen für die Atheisten und welche primitive Anschauung von geistlichem Analphabetentum. Nun gab es ja damals von Zeit zu Zeit Treffen mit Vertretern der DDR-Staatsführung und der kirchlichen Wörtenträgern andererseits, wie man sie damals so nannte. Dass die SED nicht ganz ohne Kirchen auskam, zeigte auch das, dass sie extra einen Staatssekretär für Kirchenfragen berufen hatten. Der eine war Herr Gysi, ein Verwandter vom jetzigen Herrn Gregor Gysi von der Linkspartei. Das bloß mal so als Hintergrund. Ein Anlass zu den gemeinsamen Kontakten zwischen Staat und Kirche war zum Beispiel das Lutherjahr. Bei einem der persönlichen inoffiziellen Gespräche wurde einer der Bischöfe von einem dieser leitenden Staatsorgane gefragt, ja wie und warum glauben sie eigentlich an Gott? Und dieser gab eine sehr schlichte und, ich meine, treffende Antwort in Form eines Kindergebetes, in dem er sagte, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Eine simple, aber doch sehr tiefgehende Antwort. Und da sind wir nämlich beim Thema. Himmel, Himmelfahrt geht nicht unabhängig von den Fragen und dem Existenziellen, was mit Sterben, Tod, gibt es eine Hölle, mit dem, was um Jesus geschehen ist, seinen Tod am Kreuz außerhalb von Jerusalem, auf dem Hügel Golgatha und mit der Auferstehung von ihm nach drei Tagen und eben seiner Himmelfahrt. Das hängt alles zusammen. Ja, fragen sich manche, wenn es einen Gott im Himmel wirklich gibt, wie komme ich denn dann mit diesem Gott im Himmel irgendwie in Kontakt und wie komme ich zu ihm hin oder er vielleicht zu mir? Es gibt ja auch Lieder, die sagen, der Himmel kommt auf die Erde. Als kleines Kind lernte ich deswegen ein zweites Gebet, was ich glaube, hier sehr genau hingehört. Und das hieß, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist eigentlich das ganze Evangelium. Und deshalb sagt er ja auch Jesus, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, da könnt ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Ich denke an so einem Abend oder bei der Vorbereitung auch ein Stück zurück, was wir so schon in den letzten Monaten an Themen besprochen haben. Da kam einmal die Frage auf, was haben eigentlich die Juden und Israel mit uns als Christen und Gemeinde zu tun? Höchst aktuell wieder. Ich komme da nochmal drauf. Oder, ja, was hat das mit den Geboten und den Bünden zu tun? Es gibt viele Bündnisse, die in der Bibel beschrieben werden. Oder, wenn ich Christ bin, wie ist nun meine genaue Beziehung zu Jesus? Da haben wir darüber gesprochen, über die Identität und die Stellung in Christus. Klingt ein bisschen kompliziert. Dann haben wir auch darüber gesprochen, über geistlichen Kampf. Und da sind wir wieder heute in der Realität angekommen. Vielleicht haben manche noch nicht alles verarbeitet. Vielleicht war es für manche auch zu viel oder zu hoch. Oder haben auch manches wieder vergessen. Deswegen dieses Kindergebet als Zusammenfassung. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Da haben wir wirklich das Entscheidende schon verstanden. Aber das andere ist wichtig zur Vertiefung, denke ich. Ja, Himmel. Himmel und Hölle, Tod und Auferstehung, Jesus und Gott. Alles hängt zusammen und gibt es nur im Gesamtpaket. Wir haben früher viele Lieder vom Himmel gesungen. Ich erinnere mich noch an eins. Das war so ähnlich, wie das heute im Kinderlobpreis klang. Oh, der Himmel erfüllt mein Herz. Da sind wir auch wieder beim Thema. Also, wir kriegen den einfach nicht los als Christen und überhaupt. Ja. In den Lobpreis Gottesdienst haben wir dann andere Lieder genau vom Thema gesungen. Jetzt im Livestream dienstags haben auch viele Lieder den Himmel und das, was damit zusammenhängt, zur Aussage. Unser Vater im Himmel. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, das war und ist immer Jesu Hauptthema schon gewesen. Auch gleich ganz am Anfang, als er von Nazareth loszog, um seinen Predigtdienst zu beginnen. Da hören wir bei Matthäus im vierten Kapitel folgendes. Und als Jesus Nazareth verlassen hatte, kam er nach Gfar Nahum, dem am See Genezareth liegenden Gebiet von Sebulon und Naftali und ließ sich dort nieder. Das waren zwei Stämme von den zwölf Stämmen Israel, die so hießen. Von dort an begann Jesus zu verkündigen, indem er ausrief. Er proklamierte das. Denkt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und so verstehen wir vielleicht allmählich, dass mit der Himmelfahrt eigentlich sein ganzer Auftrag besiegelt und vollendet wurde, den er in den drei Jahren seines irdischen Tuns und Redens vollführt hatte. Er kehrte also danach wieder an seinen Stammsitz zur Rechten seines Vaters zurück. Und das begann mit dem Abschluss dieses dreijährigen Wirkens, nämlich indem er sich von seinen Jüngern verabschiedete. Der Evangelist Lukas hat das folgendermaßen beschrieben. Jesus führte sie, die Jünger, aber hinaus nach draußen auf einen Berg nach Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und als er das gesagt hatte, während sie noch zusahen, wurde er nach oben gehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und während sie gespannt zum Himmel blickten, als er so hinging, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern neben ihnen. Und diese sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, der wird auf die gleiche Weise wiederkommen, so wie ihr in den Himmel hingehend gesehen habt. Es wird also sehr deutlich geschrieben, was damals zur sogenannten Himmelfahrt geschah. Es stellt sich daraus die Frage, in welchem Himmel ging er denn nun und fuhr Jesus. Ob er fuhr oder gehoben wurde, ist ja noch egal. Es ist interessant, dass in einem vorderen Teil der Bibel, also im Alten Testament, oft schon darauf Bezug genommen wurde. Oder es sozusagen angekündigt wurde. Interessant, dass in die Schreiber und die Gläubigen im Alten Bund schon viele Einzelheiten geoffenbart bekamen, wie Gott sich zu uns und überhaupt verhält und dass er also über allen Dingen steht. Hier wird es zum Beispiel so ausgedrückt. An einer anderen Stelle, in dem Buch der Sprüche, habe ich gerade heute noch eine interessante Begebenheit und einen Abschnitt gefunden. Denn, man muss sich das überlegen, dieses Buch ist ungefähr 900 Jahre vor Christus entstanden und auch nicht nur vom König Salomo geschrieben, sondern auch von anderen Gläubigen. Und da ist also einer erwähnt, der hat einen ganz lustigen Namen, der heißt Ittai, der nicht mal zu den Juden gehörte, sondern aus dem Stamm Ismail wahrscheinlich stammte. Die hatten mit Gott nicht viel im Sinn, die waren ziemlich gottlos. Und eines Tages trifft ihn das Wort Gottes und er ist völlig berührt und sagt, ich habe ja bisher so sinnlos gelebt, so ohne Gott. Ich war ja dumm wie ein Esel, steht wortwörtlich da. Und dann offenbart ihm Gott plötzlich, wer er ist. Und da sagt dieser eigentlich Ungläubige, aber plötzlich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, zum Beispiel folgende Worte. Wer stieg hinauf in die Himmel und stieg wieder hernieder? Wie ist sein Name und der Name seines Sohnes? Weißt du das? Wenn man überlegt von der Zeit damals, der wusste noch nichts von Jesus, was später kam, ist das wie eine Prophetie, die er aussprach, schon auf das Ereignis, was wir jetzt mit dem Thema behandeln. Gehen wir mal noch genauer weiter. Die Bibel berichtet von verschiedenen Himmeln, sowohl von sichtbaren als auch von unsichtbaren. Im ersten Buch Mose, Vers 1, heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das göttliche Schaffen brachte also viele Himmel hervor. Die englische Sprache kennt deswegen auch mehrere Vokabeln für Himmel. Die deutsche ist ziemlich arm dran, die kennt nur einen Begriff, eben den Begriff Himmel. Dann kann man sagen, na gut, in der Zwischenzeit haben wir Ostdeutsche zumal eine gewisse Bereicherung des Himmelsbegriffs erfahren, denn durch den ersten Deutschen im All, Sigmund Jem, wissen wir, dass es auch noch ein Jenseits gibt. Gut, Spaß beiseite. Im Englischen kennen wir also mindestens drei Vokabeln. Air, Sky und Heaven. Air kommt aus dem griechischen Aera, was Luft bedeutet. Und so ist er, der Lufthimmel, aber auch schon der Weltraum mit gemeint. Denn wir kennen zum Beispiel die englischen Worte Airspace und alles andere, die also damit zusammenhängen. Ein sichtbarer Bereich. Dann der zweite Ausdruck Sky ist uns auch bekannt. Die Skyline, also der Horizont Himmel und Erde, wird so bezeichnet, aber ein sichtbarer Bereich weiterhin. Und dann kommt der englische Ausdruck Heaven. Und damit meinen die englischsprachigen eindeutig den unsichtbaren Himmel Gottes. Das Ziel, was auch für uns Christen anvisiert wird. Schon zur Schöpfung der sichtbaren Himmel müsste man bei dem Thema Himmel, was wir heute ein bisschen bewegen und bedenken, eigentlich noch ein ganz schönes Stück ausführlicher werden. Aber das würde heute das Thema sprengen, obwohl es höchst interessant ist. Zu Mose sagte nämlich Gott einmal, dass ihm die Himmel und die Himmel der Himmel gehören. Ich wiederhole das nochmal. Gott sagte zu Mose, mir gehört der Himmel und die Himmel der Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist. Im Hebräischen heißt das, Alle drei Worte stehen im Plural. Grammatisch wird so ein Wortkonstrukt Superlativ bezeichnet. Die Astronomen drücken das wieder mathematisch und ganz anders aus. Bloß mal ein ganz kleiner Aspekt davon. Ist ein höchst interessantes Thema. Mit den heutigen technischen Mitteln, also mit den Sternworten, speziell mit der europäischen Sternworte in Südchile oder auch mit dem Weltraumteleskop Hubble ist man jetzt und zurzeit in der Lage, 10 hoch 11, nämlich 100 Milliarden Galaxien zu entdecken und zu berechnen. Die wiederum mit 10 hoch 22, man hört ja gar nicht wieder auf mit Nullenschreiben, Sterne beinhalten. Also es ist wissenschaftlich festgestellt, es gibt 100 Milliarden Galaxien. Und eine davon ist unsere, nämlich die Milchstraße. Und die hat wiederum mehrere Milliarden Sterne. Nur diese eine Milchstraße. Und dann hat man Kontakt, vom Teleskop her gesehen, zur nächsten Galaxie. Und das sind die sogenannten Magellanischen Wolken. Ich höre an der Stelle auf. Ich bin erstens kein Spezialist, aber ich bin sehr interessiert an sowas. Aber es zeigt unsere Grenze bei so einer riesigen Geschichte. Und wir merken, dass Gott ein großer Schöpfer ist, der unfassbar ist und der uns unfassbare Dinge schon an äußeren Himmeln vor Augen führen. Des Weiteren hat man festgestellt durch die sogenannte Rotlichtverschiebung im Weltall, dass unsere Milchstraße höchstwahrscheinlich im Zentrum und damit auch die Erde im Zentrum aller Galaxien, die bisher beobachtet wurden, liegt. Ist das ein Zufall? Könnte das was mit Gott, dem Schöpfer, zu tun haben, der den Menschen ja als sein Abbild schuf und dem seine ganze Aufmerksamkeit gilt und er deshalb den blauen Planeten in den Mittelpunkt seines Wirkens rückte? König Salomo, einer der größten, bekanntesten jüdischen Könige, der Sohn von König David, wurde geschenkt, in Jerusalem den Tempel zu bauen, den Gott geplant hatte und über David vorbereitet hatte. Das geschah im Jahr 958 vor Christi Geburt, also auch wieder zeitlich ganz schön von weit zurück. Und dieser König Salomo, seine Weisheit ist ja berühmt, sprach ein sehr interessantes Gebet zur Einweihung dieses Tempels. Das steht im ersten Königebuch, Kapitel 8. Ich lese es mal vor. Dann stand Salomo vor dem Altar des Herrn gegenüber der ganzen Israel-Gemeinde und breitete seine Hände zu den Himmeln auf, indem er sagte, Jachwe, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich ist, weder in den Himmeln oben noch auf der Erde unten, der den Bund und die Huld bewahrt deinen Knechten gegenüber, die vor deinem Angesicht mit ihrem ganzen Herzen einhergehen, also mit ganzem Herzen glauben und es auch tun. Und nun, du Gott Israels, es möge doch dein Wort wahr werden, was du zu deinem Knecht David, meinem Vater, gesprochen hast. Denn wohnt Gott etwa wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Hier zitiert Salomo wieder den Mose. Wie viel weniger dieser Tempel, den ich erbaut habe. Mögest du dich aber trotzdem zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen wenden. Jachwe, mein Gott, und auf den Hilferuf und auf das Gebet, welches dein Knecht betet, vor deinem Angesicht hören, und zwar heutigen Tages. Wir merken, der Salomo hat schon eine sehr ehrfürchtige Erkenntnis und auch Haltung gegenüber Gott und dass eigentlich hier ein Wunder passiert bei diesem Tempelbau und jetzt, dass Gott sich seinem Volk so nähert, dass er im Tempel wohnen will und dann auch wohnte. Andere Bibelstellen haben das schon angekündigt und auch umschrieben. Zum Beispiel wird im zweiten Mosebuch gesagt, Gott wohnt im Zeltheiligtum. Man hatte ja vorher erst ein Wanderzelt, bevor dieser feste Bau entstand in Jerusalem. Gott wohnt im Tempel. Das haben wir hier gehört im ersten Könige 8 oder auch im Psalm 43. Gott wohnt auf dem Berg Zion. Psalm 9 und Jesaja 8. Gott wohnt unter den Kindern Israels. Zweiter Mose 29 und vierter Mose 35. Gott wohnt auch über dem Volk, also so als Schutz. Er wohnt auch im Himmel. Zahlreiche Bibelstellen. Ich sage nur eine. Erster Mose 21, Vers 17 und Psalm 11, Vers 4. Und dort wird das verbunden. Dort heißt es im Psalm 11, Vers 4. Jahwe ist in seinem heiligen Tempel. Jahwes Thron ist im Himmel. Und Jesaja bricht das sozusagen runter, indem er im 57. Kapitel Vers 17 sagt, gleichzeitig wohnt aber Gott. Und deswegen ist er nicht räumlich zu begrenzen. Sowohl im Himmel als auch im Heiligtum, damit meinte er den Tempel, und im demütigen Herzen des Menschen. Also Gott wohnt in dir und mir, wenn du dein Leben Jesus antwortraust. Weil Jesus der Sohn Gottes ist und er sagt, ich bringe alle Botschaft von meinem Vater zu euch. Als Juri Gagarin also in den sogenannten Weltraum flog, da hat er eigentlich nur etwas Staubgewicht über der Erdoberfläche, wie meine Mutter immer zu sagen pflegte. Jesus aber ging in den unsichtbaren Himmel, in den Thronsaal Gottes, seines Vaters, zurück. Wir merken, wir brauchen verschiedene Blickwinkel. Den einen, der liegt uns im Blut, das ist das Sichtbare. Und der andere, das ist das, was uns von Gott offenbart werden will. Die unsichtbaren Himmel und der unsichtbaren Bereich Gottes. Der Apostel Paulus unterstreicht das im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18. Da sagt er, wir schauen nicht auf das, was man sieht, sondern auf das, was man nicht schaut. Denn das, was man vor Augen sieht, ist zeitlich. Und damit meinte er vergänglich. Aber das, was man nicht sieht, ist ewig. Hier wird der griechische Ausdruck Aionos gebraucht, der immer für Welt, Zeitalter, für Ewigkeit benutzt wird. Jesus also ging in diesen Himmelsbereich, müssen wir sagen, also in den Thronsaal Gottes, auf seinen angestandten Platz, auf die rechte Seite des Vatersthrones wieder zurück, woher er gekommen war. Wie dieser Lichtjude schon damals voraussagte, er ging hinauf und er kommt auch wieder. Was war der Auftrag hier, bevor er in den Himmel wieder ging? Es gehört dazu, dass wir sein Hauptwerk einfach nochmal betrachten. Das war Jesus' Sühnetod am Kreuz. Und damit hat er uns durch sein Blut gereinigt und geheiligt, damit wir, damit du in den Himmel kommen kannst, was das Kindergebet ausdrückt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Da kommt noch eine Dimension dazu, die mir auch lange nicht so klar war, die mir erst beim Bibellesen gekommen ist. Und zwar trifft der Hiob in seinen Klageliedern eine eigenartige und interessante Entscheidung. Er sagt, in Gottes Augen sind sogar die Himmel und Sterne unrein. Wie meint er denn das? Wenn Jesus aus dem Himmel kam, setzen wir voraus, Gott ist heilig, Jesus ist heilig, der Sohn Gottes ist heilig. Wieso ist Himmel und Sterne unrein? Der Hiob hatte eine Intuition, eine Offenbarung von Gott, die ist schon mächtig gewaltig, muss ich sagen. Hiob beschreibt hier nämlich die Situation nach Lucifers Rebellion und Abfall von Gott mit einem Drittel der Engel, die zu Dämonen wurden. Das steht in der Offenbarung 12, Vers 4. Dadurch wurde nicht nur die Erde ins Chaos gestürzt, 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde war nämlich Lucifers Verwaltungsort. Das beschreiben ausführlich die Propheten Hesekiel im Kapitel 28, Vers 13 folgende und Jesaja 14, 12 bis 14. Unbedingt mal durchzulesen, um diesen Blick zu bekommen. Und dadurch wurde der Himmel unrein. Eine fast unvorstellbare Sache. Weil Gott es aber um eine völlige Wiederherstellung seiner Heiligkeit geht, war das Blut Christi, was ja nicht nur die Qualität eines Menschen im Gegensatz zum Tieropferblut bei den Tieropfern im Tempel hatte, sondern auch die Qualität Gottes, des Vaters, des Heiligen hatte und hat, war das nötig, um auch den Himmel zu reinigen. Und genau davon spricht der Hebräerbrief. Dort steht im 4. Kapitel Vers 14 und 9, Vers 23 bis 28 folgendes. Der Hebräerbriefschreiber schreibt, Wir haben einen großen, hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat, die Himmel, Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns am Bekenntnis an ihm festhalten. Jetzt führt er weiter aus. Es ist aber notwendig, dass zwar die Abbilder der in den Himmeln befindlichen Dinge durch diese Mittel gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer gereinigt werden mussten. Ich erläutere das nochmal. Der Hebräerbrief schreibt er an Hebräisch, jüdische, messianische Gläubige, die in einer Zwickmühle lebten. Jesus war zum Himmel gegangen. Sie versammelten sich in den Gemeinden, waren eine kleine Minderheit. Und drumherum ging der ganze jüdische Betrieb und der ganze Tempelopfergottesdienst weiter. Es wäre nie was gewesen. Die sind richtig in Glaubenszweifel gekommen. Und deswegen muss der Hebräerbriefschreiber ihre Situation ausführlich beschreiben und gleichzeitig wieder festigen mit dem Blick auf das, was Jesus getan hat. Ich wiederhole deswegen nochmal. Er schreibt, die Abbilder der in den Himmel befindlichen Dingen wurden durch diese Mittel, nämlich durch Blutopfer gereinigt. Damit meint er, die Dinge und die Opfer, die hier im Tempel geschahen, wurden ja durch Blutopfer der Tiere bewerkstelligt und auch die Sünden so erstmal bedeckt. Aber dieser Tempel war nur ein Abbild des eigentlichen Tempels im Himmel und ebenso der eigentlichen Stiftshütte im Himmel. Das sind die ewigen Dinge. Also die äußeren waren nur die Abbilder, die vergänglichen. Die wurden damals mit Tierblut bedeckt. Aber wir wissen, dass das Blut Christi das einzige Mittel ist, was uns von den Sünden reinigt und was auch den Himmel reinigen musste. Deswegen steht hier, die himmlischen Dinge aber selbst sind durch bessere Opfer gereinigt worden. Das bessere Opfer ist das Opfer, was Jesus am Kreuz brachte. Es war also ein Sühneropfer für uns Menschen und ein Reinigungsopfer für die Himmel und Sterne, die durch den Abfall und die Rebellion Luzifers beschmutzt und unrein geworden waren. Christus ist hineingegangen, ein Abbild des wahren Heiligtums. Nicht nur dort, sondern er ist in den Himmel selbst hineingegangen. Und jetzt vor dem Angesicht Gottes, um für uns einzutreten und vor Gott für uns zu erscheinen als Fürbitter. Das drückt der Hebräer Briefschreiber auf. Eine ganz schöne Geschichte. Ich kann verstehen, dass manche vielleicht jetzt nicht gleich so mitkommen. Aber bedenkt es mal. Das gehört auch zum Himmel und Himmelfahrt dazu. Hier aber ging es selbst noch viel mehr, letztlich um das persönlich ihm noch Wichtigere, nämlich Gott mehr zu verstehen und kennenzulernen und Antworten auf seine Krankheit, seine Leiden und seine Todesverfallenheit zu bekommen. Und da sind wir mitten im realen Leben bei uns wieder. Wie viele schlagen sich mit Fragen rum, warum wir in diese Zeit gekommen sind, wie das jetzt mit Covid und aller Pandemie abläuft. Und die vielen, vielen einzelnen Folgen, die viele Leute erleiden müssen und die unheimliche Probleme bringen, auch gerade in Familien, zwischen Ehepartnern und Kindern. Und der Jürb litt genauso unter solchen existenziellen Fragen. Und ihm wird die Offenbarung geschenkt, dass es in den Himmelshöhen einen Bürgen gibt. Und Jürb spricht im Glauben aus, dass der ein Lösegeld für ihn schon bezahlt hat. An einer anderen Stelle spricht Jürb die innere Gewissheit aus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als Letzter über den Staub steht er auf. Das sagt schon Hiob, ungefähr 2000 Jahre vor Christi Geburt. Das ist eines der ältesten Bücher, Hiob. Mindestens so alt wie die fünf Bücher, die Thora-Bücher von Mose. Mindestens so alt. Hiob redet also schon von einem Erlöser, der die Auferstehung aus dem sterblichen Fleisch ermöglichen kann und wird. Wenn das keine messianische Prophetie ist im Alten Testament, dann weiß ich nicht, was das ist. Ich sage euch nochmal die Stellen, wo das steht. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Hiob 17, Vers 3 bis 6. Und Hiob 23 bis 26. Weiter im Thema Himmel. Zur unsichtbaren Realität gehört also der Thronsaal Gottes, die Stiftshütte, der Tempel und auch die Stadt, nämlich das neue Jerusalem von oben. Ebenfalls das Paradies, was aus zwei Elementen besteht, nämlich dem mineralischen Garten und dem Gemüse- oder Obstgarten, wie das Arnold Fruchtenbaum humorvoll immer zu sagen pflegt. Des Weiteren aus einer unüberschaubaren Armee von Engeln. Deswegen heißt Gott auch Gott Zebaoth. Das heißt auf Deutsch der Herr der Herrscharen. Damit sind die Engeln gemeint. Auf die nimmt Jesus Bezug, als er verhaftet und verhört wird. Da wäre es ihm ein Leichtes gewesen, wie er selber sagt, zwölf Legionen Engel von seinem Vater zu erbitten. Die hätten ihn dort rausgehauen. Da wäre kein Auge trocken geblieben. Matthäus 26, Vers 53 steht wortwörtlich da. Aber Jesus wollte ja was anderes. Er wollte ein Liebesopfer für dich und mich bringen, damit wir wieder in den Himmel kommen können. Nachdem er das getan hat, setzt er sich wieder auf seinen Thron wie vorher. Ich betone, Jesus geht zum Himmel und setzt sich wieder auf seinen Thron wie vorher. Wie vorher. Wie ist das zu verstehen? Im Johannes-Evangelium wird an einer Stelle die besondere, intime, persönliche Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater ausführlich geschildert. Nämlich in dem ausführlichen Gebet im 17. Kapitel von Johannes. Und dort unter anderem erbetet Jesus folgendes. Ich habe dich, Vater, auf der Erde verherrlicht und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und jetzt verherrliche mich du, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte bei dir, bevor die Welt war. An der zweiten Stelle heißt es, Vater, was du mir gegeben hast, ich will auch, dass, wo ich bin, sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich vor Grundlegung der Welt geliebt hast. Also hier wird ganz eindeutig beschrieben, dass Jesus, bevor er zu uns kam, bei seinem Vater in aller Macht und Herrlichkeit als Sohn Gottes schon war. Die Bibelleute sagen Präexistenz Christi dazu. Das muss nebenbei. Aber für uns sehr tröstlich verbindet dann Jesus vorher im 14. Kapitel Vers 1 bis 3 folgendes. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Andernfalls hätte ich euch nicht gesagt, dass ich gehe, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich gehe, euch eine Stätte zu bereiten, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Hier schließt sich der Kreis. Jesus war beim Vater in aller Herrlichkeit. Seine Liebe trieb ihn zu uns. Gott riss sich seinen einzigen Sohn von der Brust und ließ ihn zu uns freiwillig gesandt kommen, damit er uns erlöse am Kreuz und wir so zusammen mit Jesus zurückkommen dürfen ins Vaterhaus und in den Wohnungen wohnen dürfen, die er schon vorbereitet hat. Ist das nicht ein ganz tolles Zukunftsangebot? Der Prophet Daniel hat das in seiner Vision, diese sogenannte Präexistenz Jesu, auch schon gesehen. Und immer wenn die Bibel an mehreren Stellen das Gleiche unterstreicht, dann können wir ganz sicher sein, das ist die Wahrheit. Lasst euch nicht irre machen, aus welcher Ecke auch immer irgendwelche künstlichen Fragen gestellt werden, die niemand gestellt hat. Also Daniel schreibt im siebten Kapitel folgendes, Vers 13 bis 14. Ich schaute in Gesichtern der Nacht und siehe in den Wolken der Himmel kam einer, der wie ein Menschensohn aussah, bis zu einem altehrwürdigen an Tagen. Den brachten sie vor ihm in seine Nähe. Und ihm, nämlich diesem Menschensohn, wurde Macht und Ehre und Königreich gegeben. Und alle Völker, Nationen und Zungen dienten ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht, die nicht vergeht. Und sein Reich wird nicht zerstört werden. Was hier komprimiert der Daniel gesagt und uns weitergibt, das ist einfach phänomenal. Und das ist irgendwie so tröstlich in dieser chaotischen Zeit, wo alles wegrutscht. Jesus ist der Menschensohn. Er liebt uns immer noch und er wird die Sache und den Plan Gottes, wenn er wiederkommt, bis zum Ende führen. Und jedes Knie muss sich ihm beugen, egal welche Religion. Und Jesus hat das aufgenommen. Das war hier nicht irgendeine Spinnerei von Daniel. Als Jesus kam, hatte er angefangen, seine Predigten durchzuführen. Da redete er ständig vom Menschensohn. Er hat sich also identifiziert mit dem, was Daniel ankündigte. In seiner irdischen Wirkungszeit hat er sich mit dem Begriff Menschensohn auf sich bezogen identifiziert. Und deswegen ist er auch mit den Wolken dann wieder zum Vater gegangen. Und genau das beschreiben hier die zwei Engel, was ich vorhin schon aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9 bis 11, erwähnte. Dass sie den Jüngeren Mut machen, nicht mehr zum Himmel zu schauen, sondern ihnen sagen, so wie ihr den jetzt zum Vater gehen seht, ich übertrags ein Stück, so wird er wiederkommen. Und damit bestätigen sie indirekt genauso die Prophetie des Daniel. Der Evangelist Matthäus führt das auch noch mal aus. Ich will diese Stellen mal noch hier mit einfügen, weil das gehört einfach zusammen. In Matthäus 24, Vers 27 und 30 und Kapitel 25, Vers 31 nimmt Matthäus hier darauf Bezug, indem er sagt, denn wie der Blitz hervorkommt von Sonnenaufgang und bis zum Sonnenuntergang scheint, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Er gebraucht wieder den Ausdruck aus Daniel. Und im Vers 30 geht es weiter, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle an die Brust schlagen, alle Stämme der Erde und werden den Menschensohn kommend auf den Wolken sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Also klarer kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und im Kapitel 25, Vers 31 wird es noch mal genannt, wenn aber ihr den Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen seht und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Das wird dann der Thron hier in Jerusalem sein. Wir merken das Thema Himmel ganz schön Hammer, ganz schön komplex. Der Teil des Himmels, nämlich der Thron sei Gottes, soll also, um das hier mal als Zwischenbemerkung zusammenzufassen, die Wohnungen sein, in denen wir auch wohnen dürfen. Also diese sind für uns bestimmt. Und genau diese Situation und Bestimmung beschreibt Paulus im ersten Thessalonischer Brief. Es war nämlich so, die ersten Christen waren ja wirklich auch begeistert, weil sie durch die Augenzeugen der Jünger und Apostel wirklich bis in die Einzelheiten beschrieben bekommen hatten. Und manche waren zum Teil dabei gewesen, wie Jesus gepredigt hat und wie er dann nach der Auferstehung sie belehrt hat und in den Himmel gegangen ist. Die warteten lieber heute als gestern und lieber heute als morgen, dass Jesus schon wiederkommen würde. Maranatha, unser Herr kommt, sagten sie in den urgemeindlichen Gottesdiensten, zu jedem Gottesdienst. Und jetzt war was passiert. Jetzt waren die ersten Christen gestorben. Was denn nun? Jesus ist nicht gekommen. Hat er irgendwie Verspätung gehabt? Was ist nun los? Die waren richtig kostaniert, die waren geschockt, die waren traurig, die waren niedergeschlagen. Und da sagt Paulus, abwarten. Moment. Und dann schreibt er ihnen im Kapitel 4, Vers 13 bis 18, folgende Verse. Wir, also seine Mitarbeiter und er, wir wollen aber, Brüder, betreffs der Entschlafenen, dass ihr nicht in Unkenntnis und betrübt seid, wie die übrigen Weltmenschen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn übrigbleibenden, keinesfalls den Entschlafenen zuvorkommen werden. Denn er selbst, der Herr, wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus, also die jetzt Entschlafenen und Betrauerten, werden zuerst auferstehen, dann wir, die Lebenden, die übrigbleibenden, werden zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir für immer beim Herrn sein. Das ist dann die himmlische Hochzeit, die angekündigt wird. Deshalb tröstet euch mit diesen Worten. Übrigens steht hier, wir werden dem Herrn in der Luft begegnen, das griechische Wort Aera. Ära. 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 Englisch. Also, stimmt alles überein. Auch die Bibel an vielen Stellen, stimmt alles überein. Wenn wir sie mit den Augen Gottes durch den Heiligen Geist lesen. Ja, und das war das Trostwort und das ist auch für uns das Trostwort. Das ist ja Thema, Tod und Himmelfahrt hängt irgendwo zusammen. Wo werden wir sein? Was ist mit unseren Verwandten und Großeltern und Kindern, die im Mutterleib gestorben sind? Es gibt so viel Trauer. Und wir dürfen aber vom Wort Gottes her uns durch viele Dinge trösten lassen. Interessant ist ja hier bei Daniel, um das nochmal zu verbinden, die Beschreibung, wo er den Menschensohn sieht, dass da steht, er kam zu dem Alt an Tagen seien den eigentlicher Ausdruck. Im Hebräischen ist das aber der Ausdruck für einer, der ewig existiert. Im Deutschen kann man diesen Ausdruck, dem Alt an Tagen seien, etwas missverstehen. Bei Alt an Tagen assoziieren manche einen alten Kreis, der auf den Wolken sitzt. Und mit dieser etwas primitiven Vorstellung muss auch der Gagarin in den Kosmos geflogen sein. Denn er hat ja nichts anderes dort gesucht. Natürlich nicht gefunden, ist logisch. Und manche sind ein bisschen spöttisch und haben deshalb das Wort Gott spöttisch in guter Opa total taub verballhorned. Das Hebräische aber wie gesagt meint was ganz anderes, nämlich ein stattlicher, prächtiger, altehrwürdiger im Sinne von ewig und beständig, einer der allmächtige Autorität besitzend und das lünchste und letzte Gericht ausüben wird. Das ist der, zu dem der Menschensohn kam. Das ist was ganz anderes. Deshalb würde ich mal sagen, auch etwas lustig, das Wort Gott würde ich so buchstabieren, großer Allrounder tagtäglich. Das mal bloß so aussieht. Etwas Humor, muss ja auch sein. Schon immer spielt die Dimension des unsichtbaren Himmels in der Bibel also eine wichtige Rolle. Noch ein paar Beispiele dazu. Henoch wird als gerechter Gläubiger und Prophet noch lebend in den Himmel entrückt. Im Hebräerbrief wird das bezeugt, da schreibt der Hebräerbriefschreiber im elften Kapitel ab Vers 5 Aufgrund von Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr auf der Erde gefunden, deswegen, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung ist er mit dem Zeugnis bedacht worden, Gott wohlgefällig gelebt zu haben. Es ist interessant, dass Gott viele spezielle Lösungen für Menschen hat. Vor allem für die, die ihm vertrauen. Vor allem für die, die mit ihrem ganzen Herzen und Leben sich ihm weihen und glauben, dass er handeln wird. Dort hat Gott ganz spezielle Lösungen und die sind meistens nicht anders als Wunder. Und das ist das Schöne, das ist das Wunderbare. Wir dürfen als Christen gerade in dieser schwierigen Zeit gerade besondere Eingriffe Gottes erwarten, erbeten, wir dürfen Wunder erwarten und erleben. Wenn der Henoch einfach zu Lebzeiten zu Gott entrückt wurde, dann ist das ja ein enormes Wunder. Und es ist nicht das Einzige geblieben. Es wird noch von Henoch im Judasbrief, dem fast kürzesten Brief, zweitkürzesten Brief im Neuen Testament, im Vers 14 gesagt, beziehungsweise der Judas, das ist ein Bruder, Halbbruder Jesu gewesen, der auch dann als brennender Christ das Evangelium bezeugt hat. Und von ihm ist also ein kleiner Brief, da steht, Henoch kündigte schon prophetisch an, dass Jesus mit allen seinen Heiligen zum Gericht über die Gottlosen und Spötter wiederkommen wird. Prophetie ist oft Heil und auch Pädagogik Gottes, also Ernsthaftigkeit. Wir können daraus keinen Spaß machen. Und der Henoch ist also einer, der dann mit dazukommt. Elia, zweites Beispiel. Elia fuhr in einem Gefährt mit Feuerflammen umgeben, lebendig in den Himmel. Also er wurde auch entrückt. Auch wieder ein spezielles Eingreifen Gottes. Gott hat immer wieder was sehr Interessantes auf Lager. Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt, ins Paradies. Er schreibt folgendes als Zeugnis. Er schreibt über sich, ich weiß einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ob im Leib, ich weiß nicht, oder außerhalb des Leibes, ich weiß nicht, Gott weiß es, dass der Betreffende entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich weiß von dem so beschaffenen Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er entrückt wurde in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die einem Menschen zu sagen nicht erlaubt sind. Drei Zeugnisse, wie sozusagen Menschen in einer besonderen Situation schon ihre persönliche Himmelfahrt erlebt haben, aus bestimmten Gründen, die Gott hatte. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt unseres Themas angekommen. Himmel, Auferstehung, Entrückung, was hat das mit mir zu tun, was bedeutet der Himmel für mich? In unserer letztmaligen, beziehungsweise vorletztmaligen Bearbeitung über unser Verhältnis zu Jesus Christus heute, also Stellung und Identität in Christus, stellten wir fest, was wir alles im Geschenkekatalog Gottes erhalten haben. dazu habe ich jetzt mal eine Folie, damit wir nicht nur hören, sondern auch nochmal schauen können und wir wollen die Folie uns ansehen. Ich hoffe, dass das klappt und ihr das sehen könnt jetzt bei euch auf dem Bildschirm. Hier ist ein Mensch symbolisch abgebildet, der Richtung Himmel schaut. Ich hoffe und glaube, dass die meisten von uns sich damit identifizieren können, weil wir ja viele schon auch einen Weg mit Jesus gehen oder auch weitergehen wollen. Da lesen wir oder dazu gehört, hier drüber steht, mit Jesus sind wir in himmlische Erder versetzt. Durch das Blut Christi wurde nämlich die Grenzschranke zum Himmel im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 24 wird die so beschrieben, dass dort ein mit einem feurigen Schwert stehender Engel den Wiedereintritt ins Paradies verhinderte. Diese Grenzschranke wurde durch das Blut Christi beseitigt. Mit anderen Worten, du und ich hast wieder den Zutritt ins Paradies. Durch den persönlichen Glauben an Jesus, an seinen Sühnetod und ich sage mal so, durch eine ganz körperliche Umkehr, zu der gehört auch mein Besitz und mein Portemonnaie und vor allen Dingen mein Herz, zur Jesus, Umkehr zu Jesus, habe ich wirklich die Eintrittskarte in den Himmel, ins Paradies geschenkt bekommen. Eins der ersten Punkte oder Elemente des Geschenkekataloges Gottes, ob mit oder ohne Mundschutz übrigens. Im Lukas Evangelium Kapitel 23 Vers 42 und 43 wird einmal der Vorhang gelüftet über das Paradies. Augenblick, ich will jetzt mal die Stelle nehmen. Lukas 43 Vers 42 und 43 das ist die Stelle, wo Jesus am Kreuz hängt und einer dieser wir würden heute vielleicht sagen Attentäter Terroristen der wird so berührt wie er sieht, wie Jesus mit seinem Vater redet und so dass er merkt der ist kein Mensch nur das ist wirklich das muss in Gott sein und er ist so betroffen und so gerührt dass er ihn fragt Herr wenn du jetzt zu deinem Vater gehst ich tue es jetzt mit meinen Worten ausdrücken denk doch bitte an mich und dann kommt die herrliche Antwort die mich zu Tränen rührt das müsst ihr mal vorstellen einer ist wirklich der springt gerade noch von der Schippe zur Hölle durch das Wort Jesu in den Himmel existenziell wie einer der kurz vor dem elektrischen Stuhl plötzlich noch zurückkommen darf Jesus sagt noch heute wirst du mit mir im Paradies sein ein berührender Satz der bekommt also die Einsatzkarte im letzten Moment noch und darf mit Jesus der zur selben Zeit dann zu seinem Vater geht im Geist mit im Paradies sein und das haben wir jetzt für uns auch durch diese einzelnen Geschenke die wir hier auf der Folie sehen geschenkt bekommen wichtige Worte dazu hat Paulus formuliert im Epheserbrief Kapitel 2 Vers 5 bis 7 sagt Paulus folgendes obwohl wir durch die Übertretungen tot waren hat uns Gott mit Christus lebendig gemacht durch Gnade seid ihr gerettet und er hat uns mit auferweckt und mit hingesetzt in die Himmelsbereiche in Christus Jesus Hebräisch Shamaim Plural die Himmelsbereiche damit er in den kommenden Zeiten den überragenden Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus erweise und damit verbunden im Philippabrief Kapitel 3 Vers 20 und 21 heißt es Aber unser Gemeinwesen also unsere Heimat ist in den Himmeln von woher wir den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten der unseren armseligen Leib Niedrigkeit verwandeln wird der seinem Leib der Herrlichkeit Gleichgestalt sein wird nämlich dem Leib Christi gemäß der Energie steht dort im Griechischen also der großen Kraft der er sich alles unterordnen kann diese zwei Bibelstellen solltet ihr für euch auch nochmal zu Hause lesen so das sind also zwei wichtige Geschenke und Zusagen was wir bekommen haben was wir die vorletzten Male als unsere Stellung in Christus beschrieben haben das ist also uns geschenkt worden wir sind praktisch doppelte Staatsbürger geworden wir haben die Identitätskarte für die himmlische Staatsbürgerschaft schon erhalten im griechischen steht hier das Wort Polytheuma das hat was mit Politik zu tun und politischer Gemeinwesen und bezeichnet einen juristischen Begriff Mitglied eines Staates oder Staatsverbandes zu sein Paulus hatte nämlich einen Ausweis wie er auch immer aussah dass er als römischer Staatsbürger geboren worden war von Geburt aus und das hat er immer vorgehalten wenn es um politische Kontakte ging denn er hatte sich ja auf den Kaiser berufen um seine Botschaft dann dort verbreiten zu können übrigens steht hier im griechischen dieser Ausdruck Simmorphon oder auch Metamorphose könnten wir sagen hier geht es also noch mal um die Verwandlung unseres irdischen Leibes oder Körpers in den unverweslichen in den ewigen in den herrlichen Körper da steht das Wort Metamorphose oder Simmorphose es ist noch wichtig etwas noch mal zu dieser leiblichen Verwandlung genauer zu sagen also wir werden in einen unsterblichen Auferstehungsleib durch Metamorphose verwandelt eine Hilfe ist mir da werden manche vielleicht schmunzeln diese schöne pädagogisch und auch wissenschaftlich oder wissentliche Sendung der Anna und die wilden Tiere so eine Kindersendung weiß nicht ob die jemand kennt ist zu empfehlen gerade jetzt in Corona Zeit wo die Kinder zu Hause rumtipsen wenn man nicht mehr weiß was man machen soll nehmt den Internet oder den Computer und schaltet euch mal diese Sendung ein die hat viele Sendungen gemacht und eine Sendung geht es um die Schmetterlinge und dort wird mal so schön bildlich dargestellt wie die Metamorphose von einer Raupe in ein Schmetterling geschieht wenn du den Schmetterling siehst und weißt die Geschichte nicht du kommst nie drauf dass das mal eine Raupe war das ist phänomenal Schöpferwunder Gott hat da was sich gedacht denn er wollte hier bildlich etwas darstellen was noch viel gewaltiger für uns Menschen da ist und zutrifft nämlich eine Metamorphose unseres ganzen Körpers Seele und Geist sind eingeschlossen sage ich da noch was dazu in einen Auferstehungskörper der dieselbe Qualität hat wie der von Jesus nach seiner Auferstehung hängt alles mit der Himmelfahrt zusammen wir kommen nicht nur so in den Himmel wir kommen nicht einfach so wie wir sind mit unseren Drecklamotten in den Himmel so in der Bibel im ersten Kapitel und zweiten Kapitel wird etwas für diesen Prozess gesagt es geht um den Zusammenhang und Prozess von Leib Seele und Geist und wie das transformiert wird in den Auferstehungs Zustand wir fangen mal dort an wie Gott das begonnen hat da steht im ersten Mose Vers 27 Gott schuf den Menschen zu seinem Abbild und zu seinem Bilde zum Bilde Gottes schuf er ihn steht zweimal im Kervers sag ich mal so und das hebräische Wort heißt Barah und das Wort Barah ist ausschließlich das Wort für göttliches schaffen für eine göttliche Schöpfung deswegen haben die Lateiner dann gesagt als Gott die Himmel und die Erde schuf war das eine Creatio ex nihilo eine Schöpfung aus dem Nichts Barah hebräisch göttliches schaffen wir Menschen sind ein Abbild Jesu denn es ist nämlich Jesus der das Abbild ist für uns der Sohn Gottes also doch Gottes aber beides und wir sind also das Abbild und damit sind wir einmalig durch das göttliche Schaffen jetzt kommt manche sagen oder einige die mit der Bibel sich intensiv beschäftigt haben die reden von einer komplementären Ausdrucksweise was ist denn das nur wieder ich bitte dass manche nicht ausschalten es hat schon manches seinen Sinn wenn ich das so sage komplementär heißt nämlich sich gegenseitig ergänzend die Bibel und das hebräische Denken ist an vielen Stellen so dass sie Wahrheiten aus zwei verschiedenen Blickwinkeln beschreiben mindestens aus zwei verschiedenen und die Schöpfung des Menschen ist genauso im zweiten Kapitel Vers 7 steht nämlich dann Gott bildete oder formte den Menschen aus Erde oder aus Staub und blies ihm den göttlichen Atem ein so wurde der Mensch zu einer einmaligen Seele zu einer einmaligen originalen Persönlichkeit ich wiederhole da schuf Gott den Menschen in seinem Ebenbild im Ebenbild Gottes schuf er sie schuf er ihn entschuldigen männlich und weiblich schuf er sie was anderes finde ich hier nicht und im zweiten Buch Mose äh ersten Buch Mose Kapitel 2 Vers 7 steht und es bildete Gott den Menschen aus Staub von dem Erdboden und er blies in seine Nase in das Menschen Nase den Hauch des Lebens oder den Lebensgeist oder auch das Lebensprinzip in den menschlichen Körper hinein so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele warum ist das so wichtig weil Gott daran anknüpft und uns sagen will wie er sich das in der Gemeinschaft mit ihm denkt und dass er den Menschen eben deswegen so geschaffen hat im Psalm 139 wird das auch auf eine einmalige Weise uns mitgeteilt der David der König David hat ja viele Psalmen geschrieben und an einer anderen Stelle da steht der Geist Gottes hat mich erweckt und mir Offenbarung geschenkt dass ich das so sehen und niederschreiben konnte ich habe es jetzt mal frei wiedergegeben ich kann euch die Bibelstelle irgendwann mal raussuchen also da wird deutlich dass David auch ein Prophet war und eine Inspiration von Gott hatte nur das kann man vor dem Hintergrund kann man nur diesem Psalm 139 verstehen ich werde es euch jetzt vorlesen auf welche Verse es mir ankommt Verse 13 bis 16 es geht um die Schöpfung von uns Menschen Gott du hast meine Nieren geschaffen gebildet du webtest mich im Leib meiner Mutter ich preise dich denn auf erstaunliche Weise wurde ich ausgezeichnet wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl nicht ist verborgen mein Gebein vor dir wie ich gemacht wurde im Verborgenen ich wurde gewirkt in den Tiefen der Erde mein zusammengewickeltes sahen deine Augen und in deinem Buch sind alle Tage verzeichnet die vorherbestimmt wurden als noch kein einziger von ihnen da war ich habe gedacht wir müssen nochmal dieses Wunder der menschlichen Schöpfung voraussetzen damit wir den zweiten Teil des Wunders dass Gott den Menschen verwandelt damit er in den Himmel kommen kann besser verstehen das erste geht nicht ohne das zweite es ist interessant dass David hier schon prophetisch so detailliert über die Schöpfung des Menschen und zwar irdischerweise also im Mutterleib und so weiter von Gott informiert wurde das ist erstaunlich wenn man den hebräischen Text liest zum Beispiel wird ganz klar geschrieben dass am Anfang das wie ein Gewebe ist was im Mutterleib entsteht und dann schreibt er weiter der Embryo der sich weiterentwickelt ist wie zusammengewickelt und dann entsteht also der Mensch und wird geboren ich fand das deshalb so toll weil wir nämlich in der Schule damals im Sozialismus und in den sozialistischen Biologie Büchern Folgendes gesagt bekam und zwar wurde uns suggeriert die Kurzform der darwinistischen Evolution ich habe die Bilder noch vor Augen also dieses zusammengeknäuelte was David hier richtig gut beschreibt dieses Embryo im Anfangsstadium wurde nämlich als Lorsch gedeutet und da haben die die uns einreden wollen ja der Mensch durchläuft im Mutterleib nochmal die Kurzform der Evolution am Anfang ein Lorsch am Ende dann ein Mensch heute hat die Medizin natürlich schon längst durch Fotografien und einzelne Details das völlig bestätigt was David schon immer sagte der Mensch ist von Anfang an ein Mensch er durchläuft verschiedene embryonale Entwicklungen am Anfang sind die Zellen wie so verwebt dann entsteht dieser das zusammengeknäuelte Embryo und dann wird es entwickelt sich immer weiter bis der Embryo dann zum Menschen also als Mensch geboren wird David hat das schon alles durch den Heiligen Geist niedergeschrieben wenn man es nur beachtet hätte dann würden uns solche wissenschaftlichen Märchen erzählt das mal bloß so dazu weil Gott wenn er am Anfang ein Wunder tut und den Menschen schafft dann tut er auch das zweite Wunder und verwandelt den menschlichen Körper in ein Auferstehungsleib und bringt uns so in den Himmel versteht ihr das ist alles im Zusammenhang durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist hier sind auch so Anklänge an die Entstehung des Menschen im Mutterleib ist ja auch Wasser also wie heißt naja Fruchtwasser es ist auch wichtig dass der Mensch so entstehen kann und geistlich sagt Paulus wieder der Mensch wird durch Wasser und Geist oder Jesus sagt es auch wiedergeboren und damit werden wir Staatsbürger des Reiches der Himmel und bekommen einen ewigen gültigen Stempel im Epheser 1 13 und 14 steht da in Christus seid ihr durch das Wort der Wahrheit gläubig geworden ihr seid versiegelt worden durch den Heiligen Geist der Verheißung der das Angeld oder die Anzahlung auf unser Erbteil ist für die Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit wir Menschen sind Gottes Eigentum und werden erlöst durch ihn Jetzt kommen wir auf der Folie die ist noch nicht vergessen weiter und zwar jetzt zu den Einzelheiten zu dem Geschenkekatalog Ich Ich habe jetzt mal die Bürgerschaft im Himmel etwas ausführlich und die neue Schöpfung beschrieben Ihr habt das gemerkt durch die Verbindung zur Schöpfung erst mal im irdischen Bereich und dann im geistlichen Bereich Jetzt gehen wir aber mal direkt in die geistliche Welt Jetzt geht's los Der Hebräerbrief ist übrigens verfasst worden 60 Jahre ungefähr nach Christus und versetzt uns jetzt in den Himmel oder er versetzt uns durch den Geist in dem Himmel den Unsichtbaren der in den Jesus hineingegangen ist und der uns Christen erwartet und auf den wir uns konzentrieren sollen und da schreibt er hier Wir sind berufen zum Berg Zion Wir sind berufen zur Stadt Gottes des himmlischen Jerusalem Myriaden also viele zehntausend von Engeln befinden sich dort Wir sind berufen zur Fest Versammlung zum himmlischen Gottesdienst steht hier zu einer Festversammlung links ich bin jetzt auf dem linken und zwar wird dieser Gottesdienst in der Offenbarung ich kann jetzt nicht ins Einzelne gehen ausführlichst beschrieben interessant ist aber dass die Wirklichkeit die Realität im irdischen abgebildet ist nämlich in Israel Berg Zion Jerusalem Stadt Gottes und es ist kein Zufall dass wir jetzt gerade wieder einen massiven geistlichen Kampf um diese geistlichen Wahrheiten die viele nicht sehen die sich im irdischen abspielen aber einen geistlichen Hintergrund und eine Ursache haben erleben ich weiß nicht ob ich euch bei einem der letzten Male doch beim Thema Israel glaube ich gesagt habe dass eigentlich der ganze Kampf um Israel und die Juden der Antisemitismus eine geistliche Ursache hat nämlich in dem Gegenspieler Gottes in Satan der unbedingt die Zeugen Gottes nämlich die Juden aber auch uns Christen auf dieser Erde bekämpfen will bis zum Blut und vernichten will das ist die Ursache für das was wir jetzt im es geht hier nicht um Politik es geht hier um Gott und Antisemitismus ist eigentlich Anti-Judaismus der sich nämlich gegen den Gott Israels und auch gegen Jesus Christus dem Sohn Gottes richtet das ist die eigentliche Ursache und deswegen werden nicht nur in Israel die Synagogen angebrannt sondern neuerdings unsere Synagogen in Deutschland nicht neuerdings sondern logisch durch alle diese Anti-Kräfte auch jetzt bei uns in Deutschland und manche wundern sich noch man kann sich nur wundern wenn man nicht versteht dass sich hier ein geistischer Krieg abspielt und wir können ihn nur verstehen wenn wir die Bibel studieren wir müssen aufwachen wir Christen es geht nicht bloß um äußere Schöpfungserhaltung oder was so beim Kirchen besprochen wird ich habe da nichts dagegen aber wir müssen die wichtige Wahrheit die wirklich jetzt dran ist in den Mittelpunkt bringen und auch aussprechen ja und ich habe so gedacht dass wir hier ein kurzes Gebet ein flechten weil das viel zu aktuell ist was wir hier besprechen es ist absolut aktuell wir Christen sind berufen alles das zu ererben und wir gehen im Glauben auf das zu was ich gerade gesagt habe auf das Original was im Himmel ist aber wir können es nicht ohne die Vollendung die das Volk Israel erleben wird und damit ohne die Verbindungen die hier im Irdischen auch von Gott geschaffen wurden es steht beim Propheten Jesaja Gott hat Zion gegründet Jesus sagt im fünften Kapitel von Matthäus Jerusalem ist die Stadt des großen Königs versteht ihr wir kommen gar nicht umhin als Christen diese beiden Sachen zusammen zu sehen und zusammen zu schauen und damit auch richtig geistig umzugehen deshalb würde ich einfach jetzt einflechten im Gebet Herr du hast uns als Christen berufen zu deinen Söhnen und zu deinen Kindern wir sind eingefropft in die Verheißungen die du deinem Volk Israel den Juden gegeben hast und wir sind deswegen auch wie eineige Zwinge zusammen gebunden weil du der eine Gott bist und Vater und du hast uns berufen deine Nachfolger zu sein wir bitten dich so wie es Paulus existenziell geschrieben hat dass du die Decke wegnimmst über deinem Volk die du berufen hast durch die Erzväter die Glaubensväter und du hast schon dem Jakob auf der Himmelsleiter gezeigt worum es geht es geht darum dass wir in den Himmel kommen dass wir gerettet werden und du hast Jakob deswegen Israel genannt den Gotteskämpfer und deswegen bitten wir dich dass sie erkennen ihre wahre Berufung und sie ausüben und dass du sie trotzdem gleich jetzt schon gebrauchst in deinem Plan auch wenn wir manches nicht verstehen auch wenn sie es vielleicht unwissend tun oder noch nicht in der Erkenntnis die du haben möchtest aber wir bitten nicht einfach dass du jetzt dort hinein wirkst und deinen Heißplan wieder ein ganzes Stück und ein ganzes großes Kapitel voran bringst und sie in ihre Berufung kommen als Volk Gottes als Streiter Gottes aber im geistischen Sinne und das lernen zu kämpfen so wie du Jesus ist dein Apostel und uns gelehrt hast dass wir es gemeinsam auch erleben schenke her dass wir da gerade in diesen Tagen wieder ein Stück weiter kommen und wir preisen dich dass du deinen Plan einfach voranbringen wirst dass du die Erlösung vollenden wirst aus Juden und Heiden und praktisch aus uns zu einem Volk gemacht hast darum bitten wir dich dass das geschieht und wir als Christen eifrig das umsetzen Amen ja und damit sind wir bei dem nächsten Punkt wir sind die Gemeinde der Erstgeborenen das ist jetzt auf der rechten Seite der Folie zu sehen die Erstgeborenen sind die Entschlafenen in Christus wir haben es vorhin schon gehört der Hebräer Briefschreiber erinnert damit auch die Christen die das lesen ja einige von uns sind schon entschlafen aber wir gehören alle zu der Gemeinde der Erstgeborenen dazu des weiteren zu Gott dem Richter aller kann das jetzt nicht ganz so ausführlich schildern Elis bitte einfach selber durch in der Offenbarung Kapitel 20 Vers 11 folgende dort wird das große Gericht Gottes über alle Menschen egal wo sie herkommen egal in welchem Zustand sie waren geschildert es geht um Leben oder Tod um Paradies oder um den Feuersee der ewigen Verdammnis wir sind zu den Geister der vollendeten Gerechten gekommen auch ein interessanter Aspekt im Hebräerbrief wird übrigens Gott als der Vater aller Geister bezeichnet hier geht es aber noch darum dass es auch vor Jesus zahlreiche Gerechte gab die dieselbe Qualität bekommen wenn Jesus wiederkommt das heißt sie kommen auch ins Reich Gottes Jesus hat auch darauf oft hingewiesen und im alten Testament werden sie wortwörtlich genannt Hiob Noah Henoch alle Glaubensväter also Abraham Isaac und Jakob Mose und noch viel andere mehr und Jesus fasst das an einer Stelle zusammen in Matthäus 23 Vers 35 da sagt er die Gerechten sind von Abel bis Zacharia Ben Barechia der am Alter von den fanatischen letztlich Gottlosen umgebracht wurde das sind die Gerechten und die gehören hier dazu sie sind mit Jesus vollendet dann ihr seid zum neuen Bund des Mittlers des Blutes Jesu gekommen ich erinnere nur an unsere Bibelarbeit über die Bünde Jesus vollendet diese Bünde und er erfüllt sie in gewisser Weise in überfließendem Maße weil er sie in Kraft setzt so wie sie wirklich gelten durch sein Blut und es ist interessant dass die Juden zum Beispiel beim Sedermahl wenn sie die Kelche oder zumindest den einen Kelch füllen dass sie vorher drunter eine Schüssel stellen oder einen Teller und dann diesen Kelch vollgießen mit Wein bis er überfließt das ist das Symbol der Erlösung in Christi Blut was überfließt für alle Menschen da ist und uns retten und erlösen will ist das Symbol Petrus wir sind hier unten jetzt schon gleich rechts unten legt den Schwerpunkt auf die ewige Bürgerschaft im Himmel wir haben alle eine irdische Staatsbürgerschaft auch manche haben mehrfache aber die ist vorläufig und vergänglich und damit letztlich nicht bestimmen und prägend deswegen sagt Petrus an zwei Stellen 1. Petrus 2. 11 und 1. 17 wir leben in der Fremde es ist zu fragen ob manche Christen sich ziemlich sehr hier in dieser Welt schon eingerichtet haben wir haben ein Polsnetz ich finde das toll man darf sich ja fast oft nirgendwo oder höchstens begrenzt zu Gottesdiensten treffen und wir treffen uns dort in einem Ort Begegnungszelt das ist so ein bisschen ausgebaute Blockhütte der Royal Ranger ich finde das toll da merken wir wir sind unterwegs wir haben keine feste Steppe die ganzen goldverkleideten Kirchen können wir nicht mitnehmen tut mir leid oder nicht leid wir brauchen sie einfach nicht also wir sind unterwegs wir leben hier in der Fremde der eigentliche Tempel ist im Himmel wir gehen auf das Paradies zu übrigens Paradies noch ein kurzer Zwischenruf Jesus hat gesagt wer an mich glaubt wird mit mir im Paradies sein ich hatte vorhin besprochen was das für ein Garten ist das könnt ihr selber nachlesen aber es ist interessant wenn der Himmel was mit der Erde zu tun hat wenn der Himmel in meinem Herzen wohnt und wenn wir singen der Himmel kommt auf die Erde dann kommt auch das Paradies auf die Erde beziehungsweise umgekehrt dann war das Paradies hier ist aber jetzt vor unserem Auge verschlossen wegen des Sündenfalls und kann erst wieder richtig sichtbar wiederhergestellt werden wenn Jesus es zu seinem Zeitpunkt mitbringt aber Rudimente Überbleibsel gibt es noch ist euch das schon mal aufgefallen in dem ersten Buch Mose wird das Paradies beschrieben vier Flüsse zwei Euphrat und Tigris und der dritte ist höchstwahrscheinlich der blaue Niel merkt ihr was den Kondensstreifen sehen wir noch das Original ist weggeflogen erst mal um es mal so auszudrücken aber warum findet denn gerade dort wo das Paradies war und wo Euphrat und Tigris wirklich noch fließen sie sind wirklich äußere Überbleibsel des Paradieses Rudimente warum findet dort genau der entscheidende Kampf zur Zeit schon seit Jahren statt und wird immer schlimmer weil der Teufel genau verhindern will dass das Paradies wiederkommt deswegen findet im Nahost der größte Krieg aller Zeiten statt was wir jetzt haben ist noch Vorgeblänke das wird noch viel schlimmer muss ich euch sagen wir brauchen keine Angst haben aber der geistige Kampf wird sich intensivieren es ist noch nie da gewesen dass mitten in Israel wirklich im Zentrum in Loth bei Tel Aviv Araber Synagogen anbrennen das war noch nie da der Bürgermeister hat von der Kristallnacht gesprochen und da hat er nicht mal Unrecht also merkt ihr was es kulminiert immer mehr aber wir brauchen keine Angst haben die Offenbarung sagt das der Teufel hat merkt dass er immer weniger Zeit hat und er rastet aus aber Gott hat alles unter Kontrolle das hängt auch mit dem Paradies zusammen wir wollen einfach das so von der Bibel her nehmen keine Angst haben fürchtet euch nicht sagt Jesus ich hab das unter Kontrolle aber es läuft so ab es wird so kommen sein Wort wird sich erfüllen es muss so kommen hat Jesus sogar gesagt im Matthäus Evangelium zurück zur Himmelfahrt wir können zusammenfassend Folgendes sagen es gibt zwei Realitäten menschlicher Himmelerfahrung beziehungsweise von Himmelfahrt das erste ist die geistliche wir sind durch den Heiligen Geist mit unserem Geist durch das Gebet im Geist am Thron Christi und kommunizieren auf dieser Ebene mit Jesus und Gott dem Vater stell dir das vor Cory den Boom hat mal gesagt Gott ist nur ein Gebet weit entfernt stell dir das einfach ruhig mal ganz bildlich vor im Geist sitzt du rechts von Jesus du redest mit ihm im Geist du betest mit ihm du träumst von ihm und damit wird das Gebet von Jesus zu Gott auch weitergegeben das ist eine Einfluss eine Gemeinschaft wir haben am Dienstag haben Fräses uns sehr intensiv über Beziehung gepredigt und auch so gebetet und die beste Beziehung ist die Vaterbeziehung Abba Vater und Jesus hat es uns vorgemacht wir dürfen einfach zu Gott Abba sagen wir dürfen ganz kindlich zu ihm alles sagen und reden mit ihm und er sieht unser Herz an und da sitzen wir praktisch im Geist neben ihm auf dem Thron und er kommuniziert mit seinem Vater und klärt die Sachen wie sie geklärt werden müssen deswegen hat Jesus gesagt unser Vater im Himmel das ist die allererste wichtige kommunikative Beziehung und Entscheidung und Paulus hat das dann noch ausgeführt wir können natürlich auch das weiter im Geist noch ausführen und im Geist beten das gehört schon hier hin damit wir vielleicht noch besser lernen wie wir beten können im ersten Korinther 14 1 bis 5 sagt Paulus trachtet nach der Liebe er strebt aber eifrig die Geistesgaben mehr jedoch dass ihr prophetisch redet denn der in einer anderen Zunge redet spricht nicht zu Menschen sondern zu Gott denn niemand hört ihn also versteht ihn durch den Geist aber redet er Geheimnisse und baut sich selbst auf ich also Paulus will aber dass ihr alle in anderen Zungen redet mehr noch dass ihr prophetisch redet größer ist aber der prophetisch Redende als der mit anderen Zungen Redende ausgenommen außer wenn er auslegt damit die Gemeinde Erbauung empfängt Paulus schreibt hier mal ein paar technische Abläufe zum Gebet im Geist es ist wichtig dass wir im Geist beten aber das Sprachengebet ist am besten wenn wir selber im Geist für uns beten weil wir dann das genau beten was Gott will und das erbaut uns baut uns auf wenn es auch für die Gemeinde ist sollte es ausgelegt werden damit alle verstehen was Gott für alle sagt und wie er alle aufbauen will wenn einer prophetisch redet unter geistlicher Eingebung mit der jeweiligen Sprache die er hat also die Landessprache ist verstehen alle sofort was los ist Paulus tut das nicht ausspielen gegeneinander sondern er tut das komplementieren das heißt die Gegenseitigkeit dieser zwei Verschiedenheiten über Einstimmung bringen das ist auch wichtig wenn wir im geistlichen Bereich uns als die die in den Himmel durch den Geist schon versetzt wurden dann auch so praktizieren das ist also wichtig dass wir es so tun weiter zur geistlichen Realität von Himmelfahrt es gibt auch eine Art Entrückung im Geist manchmal aus dem irdisch-menschlichen Körper heraus das ist nur ein Punkt den ich aber um der Gesandtheit willen nicht unerwähnt lassen will vielleicht kennt man schon das Buch den Himmel gibt es echt von Todd Börbo mit Lynn Wensen geschrieben die erstaunlichen Erlebnisse eines vierjährigen Jungen zwischen Leben und Tod es ist erstaunlich dass dort wirklich rüberkommt aus kindlicher Erfahrung von vier Jahren die geistliche Realität im Himmel er beschreibt da viele Einzelheiten kann man selber lesen brauche ich jetzt nicht erwähnen aber es ist so das Zweite was dazu gehört zur geistlichen Realität menschlicher Himmels Erfahrung oder Himmelfahrt ist die dauerhafte geistliche Himmelfahrt die geschieht nach deinem und meinem Sterben und Entschlafen weil wir dann dauerhaft den Körper und den Leib verlassen was passiert danach kommt dein und mein Geist in Zusammenhang mit der Seele das ist miteinander verbunden ins Paradies zu Christus und auch den schon anderen Entschlafenen Hebräer deutet das an mit der Wolke der Zeugen im Kapitel 12 Vers 1 wir existieren dort völlig bewusst mit allen menschlichen persönlichen Merkmalen und unseren fünf Sinnen wir sehen hören reden wir erkennen mit Christen wir erleben auch Schmerz und Freude in Bezug auf verschiedene Dinge in der Bibel wird darüber ausführlich beschrieben als Jesus auferstand konnte man ihn berühren Thomas hat ihn berührt man konnte mit ihm essen aber gleichzeitig war er nicht an irdische Materie gebunden er ging durch geschlossene Türen und Mauern und war er auch mehrfach zur gleichen Zeit bei bestimmten Jüngern Komplementär Im Lukas Evangelium wird das bei dem armen Lazarus ausführlich beschrieben ich gehe jetzt nicht darauf ein ich sage nur die Stelle Lukas 16 19 bis 31 dort wird von der geistlichen Welt beschrieben wenn Menschen nach dem Tod dahin kommen es gibt zwei Bereiche darauf komme ich gleich noch zurück zweitens die leibliche Realität Jesus ist in der leiblichen Auferstehung in allem der erste im Vorbild für jeden Christen das soll eines der letzten Bibelstellen sein die jetzt kommen erster Korintherbrief 15 22 bis 28 und 40 bis 49 da schreibt Paulus wenn wir alle durch Adam sterben werden auch alle durch Christus lebendig gemacht werden jeder aber in der eigenen Ordnung als Erstling der Begriff kommt von der Erstlingsfrucht bei den Opfern Abel gab von seiner Erstlingsfrucht von den Schafen ein Opfer an Gott aus reihem Herzen das ist die Erstlingsfrucht Christus ist die Erstlingsfrucht dann kommen die die zu Christus gehören bei seiner Ankunft dann kommt das Ende das Gericht Offenbarung 21 wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird wenn er zunichte gemacht hat jede Herrschaft Macht und Kraft genau das was Prophet Daniel Kapitel 7 schon damals gesehen und angekündigt hat dass das der Menschensohn tun wird dann es ist nötig dass er herrscht bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat als letzter Feind wird er tot zunichte gemacht denn alles hat er Gott unter seine Füße unterworfen als zweites beschreibt er den Zustand der Körper da mir jetzt fast die Zeit davonläuft gehe ich mal bloß auf zwei Verse ein das sind im ersten Korinther 15 die Verse 40 bis 49 ist ziemlich ausführlich ich gehe mal nur auf das ein was den Menschen betrifft und das schreibt Paulus wenn es einen irdischen Leib gibt gibt es auch einen geistlichen Leib so steht es geschrieben es wurde der erste Mensch Adam zu einer lebendigen Seele der letzte Adam aber zu einem lebendig machenden Geist aber nicht zuerst ist das geistliche sondern das irdische dann das geistliche der erste Mensch ist aus Erde er ist irdisch der zweite Mensch ist vom Himmel wie alles irdische beschaffen ist so ist auch das himmlische beschaffen denn so beschaffen auch die himmlischen Dinge sind und wie wir getragen haben das Bild des irdischen werden wir auch tragen das Bild des himmlischen Paulus tut das ziemlich ausführlich beschreiben es geht einfach darum dass wir in allem Jesus Christus ähnlich werden im geistlichen schon ähnlich werden und ähnlich sind aber auch im Prozess aber dann in allem ähnlich werden nach seiner Auferstehung hatte Jesus wieder sein göttliches Sein und Gewand angezogen deswegen war er nicht mehr an die irdische Materie gebunden was ich vorhin schon erwähnt habe mit der leiblichen Auferstehung jetzt kommt nämlich unser Körper noch dazu das ist der dritte Teil der Himmelfahrt sozusagen mit der leiblichen Auferstehung ist es in der Regel so dass wir aus der Erde von Friedhof und Gottesacker durch Verwandlung in einen unsterblichen verherrlichten Körper mit Seele und Geist die jetzt schon nach dem Sterben im Paradies ist vereinigt werden das ist wichtig da gibt es viele ganz komische Anschauungen aber die Bibel ist ganz klar und ich hoffe dass wir das alle erleben ihr die zu Hause jetzt am Computer das hört und seht und wir oder ich hier der Paulus hat es so beschrieben er nennt das auch das ist die erste Auferstehung das ist äußerst wichtig dass wir uns darüber informieren dass wir in die erste Auferstehung kommen die erste Auferstehung ist die Befreiung aus dem Gericht ist die unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus nach Leib Seele und Geist und Paulus hat sich danach gesehen und ich denke jeder von uns auch ich sehne mich danach dass ich das erleben darf diese dreifache sozusagen Leib Seele Geist Auferstehung und mit Jesus verbunden bin übrigens sagt Jesus an der Stelle wir Menschen werden in der Auferstehung ähnlich den Engeln sein dieser kleine vierjährige hat das wirklich erstaunlich beschrieben und erlebt dass das so ist das geht so weit Engel haben ja Flügel werden wir Flügel haben höchstwahrscheinlich ja schau dich mal im Spiegel dein Schulterblatt von hinten im Spiegel an die Ansätze sind an den Ecken schon angelegt die Schulterblatter sind ganz eingereicht angelegt dass da die Flügel ihren Platz bekommen wenn es so weit ist das ist jetzt kein Spaß wie die Engel urplötzlich an verschiedenen Stellen erscheinen können lesen wir ja in der Bibel an wie vielen Stellen die urplötzlich erscheinen so werden auch wir wenn Jesus es so nötig hält unmittelbar urplötzlich dort sein wo wir sein sollen im Griechischen steht da das Wort bei der Entrückung Atom wir kennen das Wort das heißt unteilbar in einem unteilbaren Punkt werden wir entrückt das heißt es ist zeitlich nicht festzulegen es ist zeitlich nicht zu messen so schnell wird es sein man kann es nicht mal in Sekunden messen es steht da in einem Atom werden wir entrückt in dem Moment wenn Gott eingreift wird die Zeit außer Plan gesetzt zwar nicht vorstellbar mit unserem Verstand aber es ist eine Wahrheit der Bibel abschließend muss noch erwähnt werden dass es zwei Pfaden gibt es gibt Christi Himmelfahrt und es gibt Christi in übertragenem sinne Christi Höllenfahrt wie ist das gemeint eine Fahrt eine Exkursion ins Totenreich es gibt Christi Himmelfahrt und es gibt eine Exkursion Christi eine Fahrt ins Totenreich im ersten Petersbrief steht dazu folgendes denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten der Gerechte für die Ungerechten damit er euch Gott zuführe hinführe getötet zwar nach dem Fleisch am Kreuz Blutstriem lebendig gemacht aber nach dem Geist neuer Auferstehungskörper Qualität Gottes in diesem ist er auch zu den Geistern im Gefängnis hingegangen hat er denen verkündigt die einst nicht gehorcht hatten als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs geduldig abwartete während die Arsche hergestellt wurde in die sich wenige hineinretten nämlich nur acht Seelen konnten die durch das Wasser hindurch gerettet wurden 1. Petrus 3 18-20 es gibt also zwei Ausgänge den einen zum ewigen Leben und den anderen über die Sheol im Hebräischen das heißt das Todesreich in den Feuersee in die Verdammnis in der Offenbarung wird das ganz systematisch geschildert ich habe nochmal nachgeguckt das ist interessant Gott geht ganz juristisch sauber aber exakt aber radikal vor an drei stellen in der Offenbarung steht zuerst wird der Tier das Tier und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen dann wird Satan und seine Enge seine gefallenen Dämonen in den Feuersee geworfen und als letztes der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen genau das hat Paulus vorhin im ersten Korintherbrief 15 genauso geschrieben die Herrschaft Christi als letztes wird der Tod besiegt brauchen wir jetzt nicht ins Einzelne gehen aber es ist so ausdrücklich werden die genannt die das Zeichen des Tieres an sich trugen die werden hier herausgehoben weil sie in besonderer Weise gottabfällig und auch gotthassend gemacht wurden sie kommen auch in den Feuersee Jesus spricht an zwei Stellen nochmal ganz radikal von dieser Scheidung und wir leben in einer Zeit wo das betont werden muss Gott ist nicht nur ein Gott der Einigung ist er auch in Christus im Leib Christi sind wir alle einig nicht uniform aber einig im Geist aber Gott ist auch ein Gott der Scheidung und das wird völlig unter den Teppich gekehrt an vielen Stellen deswegen muss ich die zwei Bibelstellen noch zum Abschluss lesen in Matthäus 13 und Markus 9 in Matthäus 13 Vers 49 und 50 steht so wird es sein beim Ende des Weltzeitalters da steht wieder Äon ausgehen werden die Enge und sie werden aussondern die Bösen aus der Mitte der Gerechten und sie werden sie in den Ofen des Feuers werfen dort wird das Weinen und das Knirschen der Zähne sein also eine klare Scheidung zwischen Gerechten und Ungerechten Markus 9 ist noch radikaler oder ist sehr wie soll ich mal sagen drastisch da steht sagt Jesus er wird hier zitiert wortwörtlich und mehr zur Sünde verführt einen einzigen dieser an mich glaubenden kleinen besser wäre es für ihn ihm würde ein Eselsmühlstein umgehängt um seinen Hals und er ins Meer geworfen und wenn dich deine Hand zur Sünde verführt haue sie ab besser ist dass du verstümmelt in das Leben hineingehst als dass du mit zwei Händen in die Gehenna also die Hölle oder Feuersee besser gesagt gehst in das unauslösliche Feuer und wenn dein Fuß dich zur Sünde verführt haue ihn ab besser ist dass du in das Leben lahm hineingehst als dass du mit zwei Füßen in den Feuersee geworfen wirst und wenn dein Auge dich zur Sünde verführt reiß es aus besser ist du gehst einäugig ins Reich der Himmel als dass du zwei Augen hast und in den Feuersee geworfen wirst wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht die hebräische Gehenna dieses Wort kommt von dem Tal in Jerusalem es hängt immer wieder auch mit Jerusalem und so zusammen das heißt Gehenna und dieses Tal im Sichtbar Äußeren war eine dauernd brennende Mülldeponie und sie war schrecklich stinkend rauchend räuchend und pausenlos brannte es dort ein schrecklicher stinkender Ort und dieser Begriff Gehenna ist als Synonym übersetzt worden für den leider geistig noch viel schlimmeren Ort der Verdammnis des Gerichtes nämlich den Feuer See daher kommt der Ausdruck Er erlitt erlitt für uns am Kreuz die Hölle als er nämlich rief mein Gott warum hast du mich verlassen damit wir du und ich die an ihn gläubigen sie niemals erleben müssen die ewige Gott verlassen wo die Seele nie stirbt deswegen sagt Jesus in Johannes 5 Vers 24 wer mein Wort hört und glaubt dem der mich gesandt hat der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht ich wiederhole wer mein Wort hört und glaubt dem der mich gesandt hat der hat das ewige Leben die himmlische Staatsbürgerschaft ich will mich nicht wiederholen und kommt nicht in das eine sehr ernste aber eine sehr starke eine sehr hoffnungsvolle eine sehr tröstende Botschaft eine dynamische die mich vorwärts bringt die mich zum Zeugen macht und die sagt ich muss dir was erzählen das ist ja sagenhaft was was wir hier haben was die Wahrheit Gottes ist das wünsche ich euch dass der Geist Gottes euch mit neuem Feuer erfüllt und wir im Wort Gottes tief verwurzelt werden und auch immer tiefer wachsen je tiefer die Wurzeln der Bäume wachsen desto mehr Frucht bringen sie und desto mehr Widerstand haben sie gegen den Sturm ja und wir wissen ja was gerade im übertragenen Sinne auch schlimme Krankheiten in den Wäldern und so weiter stattfinden also das Wort Gottes ist die Grundlage Herr wir bringen dir dein Wort hin es ist wie ein Samen der ausgesät wurde ja Herr ich gebe dir hin wobei mir vielleicht menschlich dabei war was jetzt nicht so richtig rüber gekommen ist aber mache dein Wort zum Schatz zur Frucht zum Brot und erinnere durch deinen Heiligen Geist alle Hörer an das was dir und deiner Wahrheit so wichtig war und ist und lass sie es umsetzen und schenke uns ja allen die Kraft es wirklich im Alltag umzusetzen als deine Zeugen verbunden mit dem Größten was du uns selber vorgelebt hast deiner Liebe Herr komme mit deiner Liebe deiner Agape in unser Herzen und lass einfach so das Feuer weiter gehen Amen Amen Vielen vielen Dank ich finde auch das so stark wie auch Daniel wie du das ja gesagt hast geschrieben hat dass der Herr wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit wir also mich ermutigt das so wie du es gesagt hast wirklich auch für den Alltag auch in dieser Zeit immer wieder zu wissen dass Gott als gerechter Gott letztlich richten wird und all dem was ich nicht verstehe oder ungerecht finde dass er dem gerecht gerecht schaffen wird und das ist eine trostende Botschaft ich hoffe ihr könnt vieles mitnehmen vielleicht auch manches noch nachbearbeiten oder oder nicht oder nicht kommen wir wollen jetzt trotzdem noch einen kurzen Moment haben wo Fragen möglich sind wir machen das folgendermaßen ich habe schon eine Frage es gibt auf jeden Fall eine dann ist das die von mir die drei Leute die hier seid wenn ihr eine Frage habt ihr könnt die stellen und der Papa versucht die kurz und kompakt zu antworten und wenn jetzt jemand ich weiß nicht wie viele live dabei sind aber wer live dabei ist wenn ihr eine Frage haben sollte die ihr jetzt gerne loswerden wollt und jetzt live beantwortet haben wollt dann schreibt die bitte in den Chat ich werde dann zu Johannes gehen und mir die abholen und dann hier noch stellen es sei denn jetzt irgendwie wir probieren das einfach mal meine Frage ist folgende du hast ja von den Himmel also der Mehrzahl gesprochen kann man irgendwie definieren was diese Himmel sind oder wer in diesen Himmeln sind gibt es da Himmel 1 2 3 4 5 oder 12 kann man definieren was das genau bedeutet oder wie muss ich mir das vorstellen mit einer Mehrzahl von Himmeln als erstes sage ich meine Erkenntnis ist Stückwerk wie Paulus das auch sagt ich weiß eigentlich sehr wenig ich kann nur das versuchen zu wie sag ich zu buchstabieren was die Schrift sagt es gibt sichtbare Himmel und unsichtbare Himmel die Anzahl wird nicht genannt außer dass Paulus bezeugt dass er bei dieser Erfahrung in den dritten Himmel entrückt wurde und er diesen mit dem Paradies also mit dem geistischen Bereich des Paradies gleich gesetzt hat dann spricht die Bibel vom Thron Gottes vom Wohnstadt Gottes im Himmel das können wir so verstehen dass Gott einfach in der unsichtbaren Welt einen Herrschaftsbereich hat den er den Thron nennt oder der in der Bibel vom Thron Gottes genannt wird wir müssen aber immer sehr deutlich unterscheiden dass alle unsichtbaren Himmel und Bereiche weder zeitlich noch räumlich erklärt werden können wir können wir nur und da buchstabieren die Fachleute ja immer mehr über die irdischen Himmel uns informieren die ja ein Schöpfungswerk Gottes sind im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde was es für einzelne Erklärungen durch Fachleute und Astronomen und Mathematiker gibt wie das man mit den irdischen Himmeln sich vorstellen kann das soll man sich mal mit den Fachleuten befassen beziehungsweise mit anderen Aussagen noch in der Bibel die ich heute nicht erwähnt habe oder die man nicht auslegen konnte in der Zeit also kann ich das so verstehen dass der Satan ist ja auch in irgendeiner unsichtbaren Welt dass der sich an einem anderen Ort auch wenn es das nicht gibt oder einem anderen Himmel befindet als Gott oder wie kann man sich das also wo ist der dann es ist so Satan ist der gefallene Lichtengel der gegen Gott rebelliert hat das sind Erkenntnisse wenn man die Gesamtbibel nimmt kann man wirklich sagen und er ist von Gott systematisch degradiert worden und wird auch noch weiter degradiert für uns ist das ein Prozess bei Gott ist das von Gehlich schon alles die das fest auch verraumeteil ist jetzt nicht so leicht zu erklären aber es ist so und Paulus sagt ja klar was unser Problem ist in dieser Welt in diesem Kosmos auf dieser Erde dass Satan auf dieser Erde wie ein Brunner Löw sagt Petrus hin und her geht und will Menschen verschlingen in dem Sinne geistlich töten oder auch wirklich töten leiblich und das ist also sein Wille und da er ein geistliches Wesen ist und auch als Engel geschaffen wurde also ein Geschöpf ein geistliches Geschöpf was gefallen ist kann er zwischen Himmel und Erde agieren aber er ist nicht allgegenwärtig er kann immer nur an einer Stelle sein in dieser Bereich Erde und Himmel Luft Epheser 6 er herrscht in der Luft da wird das griechische Wort Aeros wieder genannt also im Lufthimmel und auch auf der Erde er hat Jesus versucht da kam er einfach auf dieser Erde zu Jesus und hat ihn versucht das sind jetzt nur Brustige gehabt ja vielen Dank habt ihr noch Fragen es gibt keine Fragen also am Stream gibt es auch noch keine Fragen verarbeitet das genau dann dann denkt mal darüber nach ok dann ich will dann nicht noch weitere Fragen stellen die du mir dann hinter erklärt ok dann komme ich noch mal her und bedanke mich noch mal herzlich dass du dir die Zeit und die ganze vorbeihung genommen hast und wünsche euch ein gutes nach und verarbeiten ein schönes wochenende und wir sehen uns vermutlich wenn ihr Interesse daran habt in einem Monat ungefähr bibel ein ein und ein